Moin Seen zusammen und herzlich willkommen zurück im nächsten Part von unserer Iron Man Challenge. Wir sind gut unterwegs im Moment mit unserem Taurenjäger Beastmaster, das gilt nochmal so für alle. Ich habe noch nichts benutzt, deswegen sind wir auch noch grün gefleckt auf der Seite. Unten in der Videobeschreibung sind die Regeln aufgeführt, beziehungsweise auch die Seite, wo wir aufgelistet wurden. Und da schreibt mir Dennis, der gute Damna ist gerade, ich schreibe ihn mal schnell, Aufnahme Digga. Und von daher werde ich jetzt erstmal weitermachen, wir müssen gut die zwei Jungs hier wiederholen für den kleinen Wagen, damit wir hier weiterkommen. Mal gucken, was Tarena so für uns hat. Ich erinnere mich an die Zeit zurück, als ich jung war und mich oft in die Geisterlande geschlichen habe, um stundenlang Zombies zu verprügeln. Ich habe nicht einmal eine Bezahlung dafür erhalten, ich habe es einfach so gemacht. Aber jetzt schaut euch mal um. Das sind ernstzunehmende Zombies. Ich wollte gerade damit anfangen, sie zu verprügeln, so wie früher. Wollt ihr mir helfen? Na klar, oh Dinger. Erfehle den Sonnenbrunnen. Ja, los. Attacke. Kommst du mit? Loi. Ach, da ist er. Okay. Ich würde sagen, den Eins... Ja, okay, wir spenden doch keinen mehr. Ja, nein. Der... Ja, Loi. Ich verkackst hier gerade. So, wir schmeißen einfach mal ein paar Maden auf ihn drauf, Alter. Richtig geil, ja. Schön mit Maden beschmeißen, Alter. So Fliegenmaden, Alter, die sich auf den Mülleimer abgelegt haben, Alter, draußen. Kennt ihr diese... Diese Biomülltonnen? Ich könnte kotzen, Alter. Ja, ich könnte richtig kotzen. Jedes Mal, ey, gehst du hin. Willst deinen scheiß Müll reinmachen, sind da wieder Fliegen drin, ey. Oh, ey, pass auf, Alter. Wir müssen auf dich aufpassen. Du kriegst hart aufs Maul anscheinend. Und ich hab keinen Bock, mal einen einzigen Tank hier zu verlieren. Aber es läuft. Hat sich auch schön gepanzert. So, erstmal Heilung aktivieren. Wie viel müssen wir denn eigentlich? Loi, da ist um den ich jetzt auch gedroff. Ich glaub fünf, ne? Zwei von fünf haben wir schon mal. Dann gehen wir jetzt hier auf die Miskebuet. Miskebuet. Machen dich platt. Ich hab grad gesehen, Moonboon ist genauso weit wie wir, ne? Also wir haben ja schon fast Moonboon eingeholt. Also vom Level her haben wir den, glaub ich, schon eingeholt. Und vom Gebiet her jetzt auch. So gut wie, würde ich mal sagen. Wir haben ja schon die andere Quest, ne? Hab ich jetzt letztens gesehen. Er macht sein Ironman-Challenge auch weiter als Frostmage. Also wenn es euch interessiert, geht mal bei Moonboon gucken, wenn er es nicht sowieso tut, ne? So ist es ja, ne? So, kicken. Ja, perfekt. Oh, 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 oh. Nicht so perfekt, wie ich das wollte. Aber Uggwe macht das schon, hoffe ich. Uggwe. Ja, sehr gut. Agro weg. Nice. Ansonsten schieße ich dich auf, Digga. Wenn du das nicht hinkriegst. So, wie viel müssen wir noch ein? Haben wir hinter uns welche? Ja, perfekt. So. Wir bleiben dauerhaft jetzt auf der Missgeburt drauf, damit wir nicht die Agro ziehen von den anderen. Und da ist sie fertig. Nice. Richtig geil. So macht man das. Schön, Hunter, Alter. Easy going. Nice. So. Was haben wir denn? Schönes. Quest abgeben. Oh, äh, wir packen uns mal hier an die Seite. Meine Reisegefährtin Fiona hat in ihren Karawanenwagen einen kleinen Laden. Äh, wir beide und unser Freund, äh, wir beide und unser Freund, was, Gidwin, oh Gott, äh, sind auf dem Weg zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Ihr könnt sicher mit uns reisen, wenn ihr wollt, obwohl Fiona, Fiona, doch Fiona, äh, womöglich ein wenig sauer auf mich sein wird. Fiona vergisst aber immer, dass sie sauer ist, wenn man ihr ein Geschenk macht. Tötet nördlich von hier für mich ein paar dieser Seuchenhunde und bringt ihr Blut zu Fiona. Bei der Karawane unten am Fluss sind wir, ne, was, ach, Fluss, sind wir, ne, sie wird sich über alle Maße freuen. Wir sehen uns dort, dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, lesen, ne, ei, 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 so. Hier, unsere Schildkröte, die wir mit, äh, 100 Gedöns, 150 sind's, ne, äh, Marken in Dalaran, in 9 Dalaran kaufen konnten. Yay, überragend. So, da ist schon einer, auf sie mit Gebrüll, ihr Maden, äh, bämmt sie weg. Boah, Alter, sowas Ekliges, stell dir mal vor, sowas Ekliges liegt vor dir, Alter, brrrr, das war ja in meinem, äh, Senegal-Einsatz, was das so ekelhaft, Alter. Sind wir nicht davon da gekommen? Lol, äh, dann bin ich morgens wach geworden und auf meinem Bett krabbelt einfach so eine scheiß Kakerlake. Bah, ich hasse Insekten, Alter. Und dann so ne, sowas Ekelhaftiges, ey. Boah, richtig schlimm, ey. Ah, es gibt noch viel, viel Schlimmere, so, so Riesenspinnen, so ne Kacke, ey. Kamelspielen, solltet ihr nicht mal googeln, ey. Richtig heftige Mistviecher. Braucht kein Mensch. Nein, brauchen wir nicht. Sowas Reudiges, ey, sag ich euch. So, und jetzt haben wir hier zwei Mahnen an der Backe, ey. Die wollen nicht mehr weg. Nein, das sind ja unsere Unterstützer. Oh, lol, ich dachte 100%-Drops hier. Zehn Stück einsammeln, dann dauert das ja Ewigkeiten, ey. Nö. So, ja, perfekt, Alter. Wahrscheinlich mal zwei und der dritte, oder drei und der dritte ist dann nichts mehr. Sheet. Hoffen wir es mal, dann müssen wir nicht so viele töten, ey. Reicht ja schon, dass wir hier eigentlich fast nur Tötungsquests haben. Aber gut. Kommen wir mit klar, würde ich mal so sagen, ne. Wird ja immer besser, die Quests rein, ne. So, was haben wir hier? Die Made wollen wir nicht, aber da sind die Hunde. So, da müsste ja jetzt rein theoretisch, äh, keiner drin sein. Mal gucken. Ich hoffe natürlich. Siehst du, da ist keiner drin. Und hier muss wieder einer drin sein. Lol. Müssen wir nämlich nicht nur 10, sondern 13 Viecher töten. Mäh. Ja, noch mehr sogar, wenn wir Pech haben. So. Oh, sind wir schon am Ende hier, ne. Müssen wir wieder umdrehen und hoffen, dass die Respawn-Rate gut ist. Shit, Alter. Ja, das ist das, das ist das kleine Leid, ne. Was? Wow, da war keiner drin, Alter. Voll frech, Mann. Das, das zählt nicht. Das ist nicht nett. Ich hätte gerne die Mounds, äh, die Mounds, die Pets, die ich mit meinem Main sammle. Ne. Da sind, oh, es gibt so geile Viecher, Alter, die du bei dir haben musst. Unbedingt. Und, äh, der hat sie, also der hat schon ein paar, ne. Finde nur noch dieser blaue Raptor, äh, dieser Geister-Raptor. Oh, was ist das denn? Lol, und wir können es nicht anziehen. Ähm, aus OG. Den habe ich bisher noch nicht gekriegt. Da, voll scheiße. Weil, äh, stundenlang da schon gestanden, aber, was willst du machen? Dieses Kack-Campen vor, vor irgendwas, was man nachher nicht haben möchte, ist leider richtig mies, aber, wenn man es haben will, ne. Was will man machen außer Campten? Äh, Geld bezahlen brauche ich auch nicht dafür, weil, die können mir ja auch nicht versichern, dass das jetzt auf jeden Fall droppen wird. Und, von daher will ich auch nicht, sowas, so eine Scheiße mache ich nicht. So, zwei Quests bereit. Top, Alter. Mal, äh, Fragezeichen werden von dem Karawanenwagen. Überdeckt. Was los, Mann? So. Erstmal hier über Hügel, Stock und Stein, ey. Ah, wir finden schon unseren Weg richtig gut. So, dafür trinke ich jetzt mal rein. Prost. Hm, das gute Wasser. So. Fiona. Okay. So, was kriegen wir denn hier Schönes zum Verkaufen? Das, das, äh, 55, 58. Perfekt. So. Und das nächste bitte. Hm. Was haben wir denn hier? Was kriegen wir denn hier? 39, 77. So. Bitteschön. Äh, bevor wir jetzt was annehmen oder so eine Scheiße, will ich was verkaufen. Nehme ich die ganze Schase hier. Die ganze Schase. So. Bisschen Platz machen. Nice. Okay. Wie viel Gold haben wir denn jetzt? Oh, 69 Gold. Perfekt, Alter. Was ist das denn? Finger. Toll. Da ist immer noch ein Diamant, ja. Ne. Gut. Was ist hier? Das ist Leder. Das ist scheiße. Gut. Kriegen wir nichts? Fiona. Was geht bei dir? Äh, jetzt da die Jungs wieder hier sind, können wir endlich los. Ihr seid in Richtung Osten unterwegs. Es wäre uns eine Freude, wenn ihr mit uns reisen würdet. Ich, äh, bestehe darauf, erst gestern bei der Städte der Heile, habe ich zu Tarena gesagt, wir haben zwei Paladine und mich, um auf den, äh, Laden aufzupassen. Aber, weißt du, oh Gott, was ist denn heute los? Aber weißt du, was wir wirklich brauchen? Einen echten Helden. Seht mich nicht so an. Ehrlich. Kommt schon. Springt auf. Natürlich sind wir dabei. Äh, die werden jetzt auch ein bisschen quatschen. Ähm, achso, ich muss sie, glaube ich, anquatschen, ne? Oder? Ähm, da werde ich, glaube ich, nicht da reinquatschen. Äh, da müsst ihr mal selber mitlesen. Ähm, und ich lese es mir auch so durch. Ich glaube nicht, dass ich wieder so schnell bin. Deshalb, gucken wir mal, ob die was erzählen. Hier unten, toll. Ihr könnt euch übrigens, äh, jegliche Vorräte leihen, die ihr in Karawanen findet. Äh, solange ihr sie zurückbringt, wenn ihr fertig seid. Äh, Beifahrer. Hey, warum darfst du vorne sitzen? Weil ich eine Wette gewonnen habe. Und weil ich als erster Beifahrer gesagt habe. Wer sagt, dass du die Wette gewonnen hast? Wir haben die Strichliste noch nicht verglichen. Schön. Ich habe fünf Zombies getötet. Und es waren große Zombies. Wie viele und Tote hast du geschafft? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sechs waren. Ich wette, dass du mir, äh, dass du nur vier getötet hast. Äh, wo, woher weißt du das? Äh, siehst du, da geht's los. Die lachen auch schön. Richtig gut gemacht. Ich wusste es nicht, aber jetzt hast du es gerade zugegeben. Aber mal ernsthaft. Wir haben, wir, nee, wie war deine Jagd auf die Untoten? Ich will ein paar Geschichten hören. Äh, Gidwin, ignorierst du mich? Giddi, du bist nicht sauer auf mich, oder? Ja, erinnerst du dich noch, als wir Kinder waren, Gidwin? Wir haben den ganzen Tag gespielt, dass wir gegen die Trolle kämpfen. Oder die Molochs. Oder die Mädchen. Hör auf damit, Tirana. Äh, wir haben uns einen Namen gegeben. Wie war der nochmal? Ähm, Gidwin, der Glatzkopf. Du weißt verdammt gut, wie der war. Nee, ernsthaft. Ich habe ihn total vergessen. Äh, die Kreuzfahrerkameraden. Uh, Digga, so, was sagt Gidwin? Du kannst das nächste Mal bei mir vorne sitzen. Ach, wie nett. Vielleicht will ich jetzt gar nicht. Vielleicht sitze ich lieber hier hinten bei meinem neuen Freund. Da vorne, was? Stinkt es nach Pferd. Hehe, aber hier ist da Kuh, Alter. Ist auch nicht besser. Oh Gott, jetzt sind sie zu schnell. Ähm. Auf unsere linke Seite kommt gleich ein Turm. Was haltet ihr davon, wenn wir anhalten und ein wenig rasten? Äh, wir haben erst vor ein paar Minuten Rast gemacht. Lasst uns einfach zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts fahren. Äh, eigentlich ja, aber gut. Äh, das hier ist ein heißer Pflaster, Gidwin. Ich will nicht riskieren, ein Pferd zu verlieren. Äh, wir werden kein Pferd verlieren. Sieh sie dir an. Sie sehen noch ganz genau so aus, wie zu dem Zeitpunkt, als wir losgefahren sind. Genau genommen stimme ich Fiona zu. Der Agententum Kreuzzug kann noch ein wenig länger auf uns warten. Abgesehen davon, unser Gast will die Karawane vielleicht auch bald verlassen. Da sind wir. Also gut, Gidwin. Tief einatmen. Sehr schön. Okay, wir sind angekommen. Nur mal kurz. Das war die Strecke, die wir hier hinter uns gelassen haben. Und wir haben hier irgendwo eine Quest. Da. Sehr schön. Wir haben geöffnet. Wir haben geöffnet. So, seht euch einmal, Gegend im Turm rum. Machen wir. Wir gucken uns um. Wir holen uns einen Flugpunkt. Und können hier, das ist doch auch der Agententum Kreuzzug, oder nicht? Genau, den können wir doch jetzt auch unterstützen. Was braucht ihr? So, ein paar Levels machen, ne? Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass wir uns nach dem ganzen Ärger in den Pestländern jetzt noch um die Diebe sorgen müssen? Nicht einfach gewöhnliche Diebe, Trolldiebe und nicht einfach gewöhnliche Trolldiebe, sondern tote Trolldiebe. Okay. Äh, es gibt immer eine Steigerung. Es gibt immer einen größeren Gegner, ne? Sie werden von diesem großen, toten Troll namens Zelda, dem Ausgestoßenen angeführt, kommen nachts hierher und stehlen Leichen von unseren Friedhöfen. Dann schaffen sie sie zu ihrem üblen Versteck für tote Trolle, dem Tiefgewölbe im Südwesten. Geht dorthin und schaltet Zelda aus. Boiron, ich habe seine Schandtaten satt. Okay. Das ist einfach. Das machen wir. Von da höher. Nö? Oh, Terena hat auch was für uns. Jetzt, wo wir schon hier an diesem Turm sind, können wir auch schauen, ob außer uns noch jemand zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts unterwegs ist. Je mehr, desto besser, nicht wahr? Fragt doch in der Umgebung, ob uns jemand auf die Reise begleiten möchte. Ich bin sicher, dass wir jemanden finden werden, der auch zur Kapelle mit unterwegs ist. Ja, das muss ich erst annehmen. Und ich weiß auch schon, wen. Dann müssen wir einmal ganz hoch. Machen wir direkt. Oder hast du... Was hat der für eine Quest hier noch? Machen wir nochmal. Klein Pamela. Die Schlacht von Dorheim verfolgt mich immer noch tauren. Ich wache in kalten Schweiß auf. Relsenfest davon überzeugt, dass ich noch dort bin. Diese Träume holen mich immer und immer wieder ein. Mit dem Tod meiner Kameraden komme ich einigermaßen klar. Aber der Tod meiner Familienmitglieder schmerzt immer noch gnadenlos. Eine meiner Verwandten, die ich bei dem Angriff verloren habe, war meine kleine Nichte Pamela. Wenn ihr mutig genug seid, Dorheim aufzusuchen, könnt ihr nach dem Zeichen von meiner kleinen Pamela suchen. Ne, Pamela suchen. Die Ruinen von Dorheim sind südlich von hier. Oh, ja, das machen wir auf jeden Fall. Quest kenne ich auch noch. Puppen so suchen und so. Von daher, wir laufen den Turm mal geradeaus hoch. Immer schön in Kreise. Nicht schlecht werden, nicht von oben runter kotzen am besten. Das wäre es ja doch einer. Wenn wir den schön als Tau runter kotzen. So, genau. Hier können wir irgendwie nichts sehen, weil... Das Licht, das Licht hier strahlt bis zum Vergasen. Verseuchte Straßen. Der Agententum Kreuzzug hat diese Türme als Lichter in den Dunkelheit der Pestländer errichtet. Ich bin auf den Faden zwischen den Türmen unterwegs, um sie zu schützen und instand zu halten. In letzter Zeit wurde die Straße aber immer gefährlicher. Verseuchte Wildtiere laufen frei herum und die Fledermäuse greifen nichts ahnende Reisende an. Es würde den nächsten Teil meiner Reise sehr erleichtern, wenn ihr für mich die wilden Tiere aus dem Weg schaffen könnt. Machen wir. Und ich hoffe, du kommst mit. Yay! Nun, ich bin ebenfalls in diese Richtung unterwegs. Ich hänge hier nur wegen der wilden Tiere auf den Straßen am Turm der Kronwache herum. Okay. Digga, dann kommst du mit. Das ist schön. Und wir werden jetzt runterspringen. So. Nice. Okay. Gut. Haben wir ein paar Quests angenommen. Da ist noch eine Quest, die wir jetzt abgeben können. Weil wir ja jemanden gefunden haben. Die Erfahrungspunkte schnappen wir uns. Und machen uns auf den Weg. Als erstes würde ich sagen, die Fledermäuse. Da können wir noch ein bisschen chillen, ein bisschen kaputt machen. Oder wir sagen einfach mal, wir machen Pause. Und zocken im nächsten Video weiter. Okay, Leute? Also. Danke fürs Zuschauen wieder mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald.